Conny kennt das schon, den hat er auf den Kopf gefüllt. Aber danach sind die Haare gesprießt. Ja, ja. Ich verrasse uns den Gegenseit. Ja, geht er oben halt, ja. Der fühlt sich so wohl, da... ... kann niemand sagen, Tierfühlerei. Ja, gerade hattest du Hunger. In zwei Stunden kommt er wieder, ne? Jetzt müssen wir dich aber auch noch ein bisschen... Mach's nicht mehr. Du bist voll, ja. Du bist jetzt voll, dann spuckt er wieder auf. So, jetzt bist du fertig. Jetzt bist du voll. Jetzt kriegst du ein Hühnchen abrucksen. Dann kriegst du noch Wasser. Ja, mal trinken. Ja, das hat er jetzt abgelernt. Das hat er vorher auch nicht gemacht. Noch ein bisschen kräftig krass. Bitte trinken, ja? Er tut überhaupt nichts. Er rennt auch nicht weg. Er freut sich auch. Und, äh, komm, Yakki-Kracki. Komm, komm, Yakki-Kracki. Yakki. Kacklein. Ja, aber scheiße, ich bin nicht auf den Kopf. Jetzt, bis dahinB七 News macht es völlig dazu. Tschüss. Genau.